Hi zusammen und herzlich willkommen zurück, heute mit einer kleinen Premiere, erst einmal Marvin mit am Start, keine Sorge, der kommt noch häufiger, aber heute ist ein erstes Video und ja ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute so ein bisschen was erzählen können darüber, dass wir die Idee validiert hatten, weil wir wussten okay, Cavitize bzw. das Produkt macht eigentlich Sinn, zumindest mal ist das Problem da und wie wir uns vorgestellt haben, wie wir vorgehen, erzählt euch jetzt der Marvin mal so ein bisschen. Ja, hallo auch von mir, als wir die Idee validiert hatten und kamen wir ziemlich schnell zum Schluss, okay, das gefällt uns, das könnte was werden und haben dann so ein bisschen überlegt, okay, wie gehen wir jetzt an die ganze Sache ran, wie bringen wir das Ganze zum Laufen und das liegt jetzt auch schon ein Stück weit zurück und wir hatten damals auch ein bisschen andere Bedingungen, als wir das jetzt hatten, wir hatten diese Niedrigzinsphase und so weiter und diese ganzen Startups waren aus dem Boden geschossen wie Pilze und unsere Idee war dann einfach zu sagen, hey, wir bauen jetzt einen Klick damit zusammen, um dann einfach mal zeigen zu können, so stellen wir uns das Produkt vor, das wollen wir damit machen, also ganz unfunktional, wirklich nur quasi als Bilder generiert und die dann aneinander gereizt sind, um zu zeigen, hey, so und so soll das ungefähr aussehen und dann machen wir eine schöne Präsentation, mit der wir dann vielleicht mal irgendwo ein bisschen pitchen und das Ganze dann einfach mal vorstellen und uns so dann eben entsprechend auch Investoren oder Geldgeber generell suchen, seien es jetzt Investoren, seien es Banken oder irgendwelche Förderungen hatten wir uns auch angeschaut, dazu vielleicht vielleicht auch nochmal ein bisschen was und wollten damit dann eigentlich das Ganze starten und ein bisschen Kapital einsammeln, um dann am Ende diese ganze App und dieses ganze Drumherum, also diese ganze IT entwickeln zu lassen. Also die Idee war tatsächlich, dass wir sagen, hey, wir haben hier eine super tolle Idee, gebt uns doch mal Geld und wir lassen das dann bauen. Ja, und das hat, dachten wir, es funktioniert gut, dann waren wir aber relativ frühzeitig auch bei einem Gründerstipendium bei Exist, so ein Programm von Hochschulen, wo man praktisch als Student, ich glaube, bis fünf Jahre nach seinem Abschluss nochmal anklopfen kann und praktisch dann einen Gründerzuschuss bekommt, das ist dann über ein Jahr, wo es dann wirklich, glaube ich, 2500 Euro Gehalt gibt und noch Coachings und so weiter. Wir dachten, das ist eine super, super Plattform für uns, eine super Fördermöglichkeit und hatten dann auch relativ viel investiert, glaube ich, in den ersten Pitch. Das haben wir mit so einem Tool gemacht, jedes Mal Presi, war auch mega fancy, sah auch gut aus, also im Nachhinein muss ich sagen, schon ein bisschen overload, aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich, glaube ich, schon gut und dann waren wir eben bei dem Ansprechpartner und das war wirklich so das erste Mal, dass wir dachten, oh, das wird, glaube ich, nicht ganz so funktionieren, wie wir uns das dachten, weil zum ersten Mal das Problem, dass unser Produkt ja immer noch komplex ist. Das war damals schon komplex, nur das Problem an der Stelle war, der Ansprechpartner, der hatte wirklich auch, der hat auch immer ETFs als EFTs bezeichnet und wusste nicht genau, was wir machen, der dachte am Ende, dass wir das irgendwie händisch alles manuell bewerten und jeden Tag dann neue Aktien irgendwie mit reinholen und dann wussten wir schon, oh, okay, das wird erstmal nichts mit dem Geld, mit dem Steingeld und dann haben wir auch früh gemerkt, wir müssen einen anderen Kurs einschlagen, wir können jetzt nicht nur irgendwelche fancy Powerpoints bauen, um damit Geld zu holen, sondern wir müssen auch wirklich vielleicht mal gucken, können wir ein Produkt bauen, was ein bisschen mehr als nur ein Prototyp, bis im Sinne von so einem Click-Dummy, wo nichts kann. Ja, und dann waren wir da und hatten eigentlich von nichts eine Ahnung, man hat eigentlich das Gefühl, das haben wir heute noch, aber da war es wirklich so, da wussten wir, okay, wir müssen jetzt eine App entwickeln, wir müssen irgendwie ein Backend entwickeln, also wo die ganzen Daten verarbeitet werden und so weiter. Ja, und dann waren wir, ich weiß noch, das allererste Mal in Fulda, wir hatten da so, ja, eigentlich, wir waren es monatlich, glaube ich, am Anfang alle zwei Monate oder so was, wo wir uns dann in Fulda getroffen haben, Fulda war einfach sehr zentral zwischen Mainz. Das war, glaube ich, einfach wegen der Regionalität. Genau, Mainz, Berlin, Ulm war irgendwie Fulda immer sehr zentral, war eine gute Anbindung für dich, ich glaube, für dich war es eigentlich mit am besten. Für Thorsten aus Berlin, für mich aus Ulm, das war super und dann hatten wir da das erste Mal erhöhte Turbulenzen, ich weiß noch, mit den ganzen Tools, kann ich mich noch erinnern, das war, glaube ich, ziemlich tricky, erstmal alles zu installieren und so was. Ja, ich glaube, wir haben da schon, wir haben uns am Wochenende getroffen, zwei Nächte, Freitag, Samstag, Sonntag, Freitagabend angereist und haben dann versucht, das Ganze irgendwie aufzusetzen und ich glaube, die ersten Tage gingen wirklich nur damit drauf, dass wir versucht haben, die Sachen zu installieren und irgendwie zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und noch gar nicht in der Umsetzung waren, sondern erstmal durchblicken mussten, was wir hier überhaupt vorhaben zu tun. Ja, das war wirklich ziemlich wild, das kann ich euch vorstellen, also normalerweise programmiert man ja alles mit einer IDE, das praktische Programm auf dem Laptop, wo man dann relativ schön eben coden kann, nur hatten wir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Ahnung, was wir überhaupt brauchen und Thorsten zum Beispiel saß dann, glaube ich, meine ganze Nacht dran, um dieses Xcode, also für iOS, sich runterzuziehen und dann eben entsprechend damit zu arbeiten und das war wirklich schon, das war richtig, richtiger Pain, aber wir wussten, ich glaube, in die Richtung wird es längerfristig auch gehen, von dem her war klar, hilft es alles nichts. Wir hatten nur noch eine kleine Turbulenz und zwar, wir hatten alle nicht so die Coding-Erfahrung, also klar, du hast, glaube ich, einen Informatik-Hinderkund, also ich glaube es nicht, ich weiß es, mit Thorsten und mir, wir sind Wirtschaftsingenieure, wir hatten jetzt nicht so krass den Hintergrund, bei mir schon, weil wir waren dann gemeinsam bei PwC, auch bei der Cyber Security-Anteilung und dementsprechend hatten wir da schon ein bisschen Erfahrung, aber trotzdem mussten wir das lernen und dann haben wir ja so ein bisschen den alten Party genommen. Es war trotzdem halt einfach alles von scratch, also wir haben auch schon ein paar Mal gesagt, alles von Pika auf beikriegen, weil wir ja echt keine Ahnung hatten. Ich glaube, du hattest noch nie groß im Python irgendwie was gemacht, ich auch nicht. Swift für die App-Entwicklung hatten wir auch noch nie gehört vorher, haben wir auch, glaube ich, gegoogelt lange, was wir da jetzt am besten nehmen und dann hat Thorsten, glaube ich, auch so einen siebentägigen Kurs gemacht, den wir jetzt inzwischen auch alle gemacht haben, alle einmal durchgemacht und jetzt alle so ein Grundverständnis zumindest haben, wie das Ganze funktioniert, wie das aufgebaut sein muss und hatten da Glück, dass wir dann aber relativ schnell auch alle auf die Ressourcen zugreifen konnten, um das zu lernen, also das auch rückblickend hat, glaube ich, mit am besten funktioniert und das war auch maßgeblich Ausschlaggebend, dass wir so ein Produkt jetzt auch haben, womit wir alle ziemlich zufrieden sind und stolz drauf sind, dass wir eben auch geschafft haben, uns da überall reinzufuchsen, reinzuarbeiten, ohne da irgendwie groß Angst zu haben oder irgendwie das auszulagern dann am Ende, wie sie es ja initial geplant hatten. Ja, genau, ich glaube, das ist auch entscheidend, das war ja auch, finde ich, auch bis heute noch so ein bisschen den Spirit, den wir verfolgen, wir sind wirklich so der Meinung, einfach machen, dann, also das war doch wirklich so, es hat nicht funktioniert, also die Learnings von dem Ganzen waren eigentlich die, dass wir nicht einfach nur einen Bauabend bauen können und dann irgendwie zu einem Investor gehen und Geld bekommen, hat einfach nicht funktioniert und wir wussten dann, okay, wir haben jetzt zwar hier noch ein paar Lücken im Coding, aber wir müssen es einfach angehen und mittlerweile haben wir auch so ein Mindset, das wirklich so ist, wir schaffen eh alles. Also ich kann euch gerade sagen, wir waren jetzt hier vor einer halben Stunde noch dran an einer anderen Thematik, die uns wirklich richtig beschäftigt, die uns wirklich auch richtig Sorgen bereitet, aber am Ende schaffen wir es so oder so irgendwie, man muss halt einfach, glaube ich, so ein bisschen zäh sein, am Ende muss man einfach auch immer durchhalten und weitermachen. So ein bisschen naiver Optimismus kann auch dazu stehen. Ja, genau, das trifft es eigentlich am besten, so naiver Optimismus ist eigentlich sehr passend. Genau, und so war die Ausgangssituation und das heißt, wir hatten dann viele Learnings vor uns und ja, und ich glaube, ein wichtiges Learning, was wir dann auch nach diesem Access-Gespräch hatten, war halt, dass wir nicht einfach wirklich mit einer PowerPoint und mit einem utopischen Finanzplan, den man mal so irgendwie an einem Abend zusammen reimt, irgendwo hingeht und dann mal versucht, sein Produkt oder seine Vision ist es ja dann eher, ein Produkt gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zu erklären und dann wirklich Geld zu sammeln, sondern da war auch für uns so ein bisschen so der Shift, wo wir dann dachten, okay, so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, wird das Ganze nicht. Und dann haben wir dann da gemerkt, dass wir da doch stärker anderen leben müssen. Ganz genau, ich würde sagen, in diesem Sinne habt ihr schon ein bisschen einen Eindruck davon, wie das Ganze gestartet hat und ich würde sagen, beim nächsten Mal, ich weiß, wir sind schon wieder in meiner Küche, sorry dafür, aber es hat einfach ganz gut gepasst, wir waren gestern zusammen auf einem Fußballspiel und deshalb sind wir heute wieder in Ulm, aber ich verspreche euch, im Januar spätestens, da haben wir ein ganz anderes Setting, eine andere Location, dann wird es auch ein bisschen vielleicht auch schöner im Wetter. Ja, hoffentlich. Wir sehen uns, ihr macht's gut und bis bald. Ciao, bis dann.